Unangeklopft ein Herr fliegt abends bei mir ein. Ich habe die Ehre, die Rezensent zu sein. Sofort nimmt er das Licht in die Hand, weil sie lang meinen Schatten an der Wand drückt nah und fern. Nun, lieber junger Mann, sehen Sie doch die wenigsten mal ihre Nase von der Seite rein. Sie geben zu, dass das ein Obst ist, was ein Wetter, gewiss ein Hasen. Ich dachte nicht an mein Liebtag nicht, dass ich so eine Benznase ziert im Gesicht. Ermann sprach noch verschiedes hin und her. Ich weiß, ob meine Ehre nicht mehr meinte vielleicht, ich sollt ihm weichten. Zuletzt stand er auf, ich tat ihm leuchten. Wie wir nun an der Treppe sind, da geb ich ihn ganz froh gesinnt. Einen kleinen Tritt, nun so von hinten aus gesessen mit. Ein Hagen, war das ein Gerappel, ein Wurzel wie Huppel. Der Gelatsche hab ich nie gesehen, allweil in Tage nicht gesehen. Einen Menschen, so dass ich die Tränen abgeh' von der Tage nie erẻ' Leuchten, so dass ich mit dem die Tränen abgeh' Vielen Dank.